Herr Merz, in Ihrem Vortrag ging es um die Haftung von Mitarbeitern im Zoll- und Exportkontrollbereich. Im Grunde genommen haben Sie damit die Mitarbeiter sehr persönlich angesprochen. In der Regel geht es ja doch um die Firmen, um die Haftung der Firmen. Jetzt geht es um die Mitarbeiter. Wen konkret haben Sie da gemeint? Letztlich trifft die Haftung für Verstöße im Unternehmen bei Zoll- und Exportkontrolltatbeständen den jeweils Handelnden. Das ist in der ersten Linie das Unternehmen, weil es der Ein- und Ausführer ist. In zweiter Linie die gesetzlichen Quarteter, die Geschäftsführung. Aber es gibt durchaus Fälle, die denkbar sind, in denen Beiträge, Teilnahmen an Taten begangen werden können, die auch den leitenden Mitarbeiter bis runter zum Sachbearbeiter treffen. Diese Fälle sind nicht auszuschließen und mir ging es darum, hier zu sensibilisieren. Um welche Verstöße geht es in der Regel? Wir haben im Zollrecht bei der Einfuhrseite Einfuhrabgaben-Entstehungstatbestände, die bei Verstoß als Steuerhinterziehung oder Steuerverkürzung gewertet werden könnten. Hieran kann ich teilnehmen, beispielsweise wenn ich als Sachbearbeiter falsche Zollanmeldungen ausfülle. Im Bereich der Exportkontrolle reden wir über die nicht genehmigte Ausfuhr von Gütern und Verstöße im Außenwirtschaftsrecht, die im schlimmsten Fall bei Embargo-Bruch als Straftat gewertet werden, die strafbewert sind bis teilweise 15 Jahre Gefängnisstrafe. Da wollte ich Sie jetzt auch direkt darauf ansprechen, mit welchen Konsequenzen habe ich da zu rechnen? Ja, auch hier wieder in erster Linie ist das Unternehmen gefragt. Wir haben aber kein Unternehmensstrafrecht in Deutschland, deswegen kann die Strafbarkeit übertragen werden auf die Geschäftsführung, die für das Unternehmen als gesetzlicher Vertreter handelt. Auch da in Ergänzung, der jeweils Handelnde, also der Täter, kann einen Tatbeitrag leisten, der sanktioniert wird, sodass ich also auch da wieder als leitender Mitarbeiter oder auch im schlimmsten Fall als Sachbearbeiter, wenn ich Vorsatz habe oder die Strafbarkeit auch bei Fahrlässigkeiten eintritt, mich haftbar machen kann. Das ist ja eigentlich eine sehr große Verantwortung, die die Mitarbeiter übernehmen können und auch müssen. Wie sind die Erfahrungen in der Praxis? Das bedeutet, im Grunde genommen müssen die Mitarbeiter oder müssten eine gewisse Kontrolle oder zumindest Einfluss auch auf die Prozesse haben, um diese Verantwortung übernehmen zu können. Ist dies der Fall? Da wechseln sich Licht und Schatten in den Unternehmen ab. Es gibt gute Unternehmen, die hier Vorsorge treffen und die sehr wohl organisiert sind. Und es gibt Firmen, die da noch Hausaufgaben machen müssen. Es empfiehlt sich als Grundlage, ein internes Compliance-Programm im Bereich des Zollrechts und des Exportkontrollrechts zu haben, was alle Zoll- und exportrelevanten Prozesse mit abbildet. Des Weiteren konkrete Arbeitsplatzbeschreibungen, die die Mitarbeiter absichern, wo Rechte und Pflichten genau beschrieben sind und wo auch Situationen beschrieben werden, die eintreten, wenn es mal zu einem Verstoßfall gekommen ist. Des Weiteren kann ein Unternehmen durchaus Hilfe leisten, dass man beispielsweise vereinbart, dass, falls ein Mitarbeiter zur Rechenschaft gezogen wird, das Unternehmen Beraterkosten, Anwaltskosten übernimmt. Man kann bestimmte Versicherungen abschließen. Das alles sind weiche Faktoren, die eine solche Stelle als Grundlage mit haben sollten, damit die Mitarbeiter da abgesichert sind. Und was können die Mitarbeiter nun persönlich tun, um sich zu wappnen? Sie sollten es einfordern. Das ist aber häufig schwierig, weil das Verständnis für die Abbildung der Zoll- und Exportkontrollprozesse im Unternehmen oft nicht da ist. Das liegt aber oft an Unkenntnis. Absichern heißt, Weiterbildung beispielsweise einfordern, dass man sich hier entsprechend auf dem Laufenden hält, das Grundwissen für diese steuerrelevanten und Exportkontrollprozesse hat. Fachliteratur, entsprechende Zugänge zu Datenbanken und eben mit den Medien ausgestattet ist, die man im Zoll- und Exportkontrollrecht tagtäglich braucht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017